So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das eigentlich nicht so läuft wie geplant, denn, ähm, der Witz ist, ich wollte ein Minecraft-Special machen, das wiederum nicht so lief, wie ich wollte, da, ähm, erstens, ein paar Videoaufnahmen total gefällt sind, zweitens, ähm, mein Mikrofon die ganze Zeit oben war und ich erstes nach ungefähr der fünften, nach dem fünften Cut gemerkt habe, dass mein, dass mein Mikrofon nicht richtig ist, jetzt ist es richtig zum Glück und deswegen gibt es jetzt kein richtiges Special, sondern eher etwas, das ich mit Moonfriend mal wieder gemacht habe, nämlich ein Moon vs. Cross und darüber freue ich mich sehr, ihr werdet auch sehr viel Spaß dran haben und ich muss noch mit, ich schreibe es mal ganz kurz an, damit ich es auch weiß, dass ich es heute Morgen hochlade, also am Samstag, es wird dann auch regelmäßig jeden Samstag kommen und, das kann ich eigentlich machen, wenn ich fertig bin mit dem, mit dem kurzen Ansagen, es wird dann einfach jetzt, das Video sofort kommen, nachdem ich das jetzt gesagt habe, es war ein anderes Special geplant, wie schon gesagt, bla bla bla, ich habe weitergebaut, habe es nicht gemerkt, ich werde in der nächsten Minecraft-Folge es dann erwähnen, wenn diese Minecraft-Folge kommt und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Moon vs. Cross und damit gebe ich ab ins Studio und dann Spaß, auf Wiedersehen, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Minecraft mit dem lieben Crossracer auf dem Multicube-Server. Bin ich da, nein, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren auch. Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Zeit aus. Jetzt halt die Fresse, jetzt bin ich dran eigentlich, aber egal, du bist da. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, denn heute gibt es mal wieder ein Cross vs. Moon, das letzte haben wir leider verkackt. Ja, Gott sei Dank, da habe ich mich, glaube ich, verloren, so viel ich weiß. Ja, aber auf jeden Fall, dieses Mal wird sich um nichts herumgerissen, denn es gibt heute eine sehr lustige Bestrafung. Willst du es sagen oder soll ich? Viel Spaß, war deine Idee. Okay, meine Idee war nämlich die Bestrafung. Der, der verliert, muss das Spielabenteuer auf dem Reiterhof von vorne bis hinten, let's playen. Von vorne bis hinten, das hieß man, oh Gott. Nein, nicht nur eine Folge, das Spiel muss hochgespielt sein. Nee. Ja, dann gewinn mal lieber und es muss hochgeladen werden. Ja, nee, ich lösche es gleich wieder. Ja, ich weiß nicht. So, ich habe es gespielt, viel Spaß. Ja, genau. Ich habe auch ein Teuer auf dem Reiterhof gespielt, ich habe zwar keinen Beweis dafür, aber egal. Aber ey, ich habe es nicht gespielt in einem Tag, ey, ey. In einer Sekunde. Reingeschoben. Okay, nein. Okay, nein, nein. Reingeschoben und wieder rein. Rein und raus. So mache ich am liebsten. Okay. Da ich das letzte Cross vs. Moon verloren habe und Zimt-Pulver fressen muss. Ja, das wird noch kommen, wenn er zu mir kommt am 19. Ja, genau. Da bist du ja endlich, ich habe dich gesucht. Aber deswegen darf ich das erste Spiel aussuchen. Ja, leider. Bitte ganz in die Cut Game, bitte ganz in die Cut Game. Bis mal soweit. Ich suche gerade noch aus. Äh, sag mal, stopp. Stopp. Äh, oh, ii. Äh, ne. Ich habe Schofeln. Ich habe bitte seit ich etwas equipped gemacht. Nein, ohne equipped. So, und damit, herzlich willkommen zur ersten Runde Bogenschießen. Komm zu mir, ich habe einen Bogen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt einen Bogen hast, liebe ich. Da, 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 ich habe einen Level und einen Bogen. Und habe Schneebälle und komme mir nicht durch. Er lügt, er lügt, ich sehe es an seinem Gesicht. Glaub mir, ich grinse gerade sowas von. Ich brauche so dringend eine Facecam, Alter. Da. Da, 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 da. Aber ich will nicht mit einem Bogen umgehen, wollen wir mal tauschen? Ich gebe dir Bogen, du kriegst du ein Schwert? Ich habe kein Schwert. Nein, du doch nicht, ich riech's doch. Und das war einfach nur gefotzt, das kann auch sein. Was bist du? Vielleicht habe einfach nur gefotzt, das kann auch sein. Nein, nein, nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja! Ja! Er hatte wirklich einen Bogen. Ich hab nicht dran glauben wollen. Wie ich halt noch gewartet hab mit dem Bogen. Ich dachte mir so, warum greift der denn nicht an? Ey, ich hab doch nen Bogen! Ey, scheiße! Okay, das war das erste Spiel. GAH! X vs. Moon. Er hat mich in einer Challenge besiegt. Ich hatte viel bessere Rüstung. Ich hasse mich. Ja! Okay, damit beenden wir die erste Runde von Cross vs. Moon. Das sind Sieger aus 5. Deswegen muss er noch zweimal gewinnen. Ah, sick! Reil! Na, Spaß! Ja, ich freu mich! Damit beenden wir die Runde und die Folge. Bis zum nächsten Mal! Haut's da raus! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.